Was geht Leute? Mein Name ist Lotte D-D-D-Danny B-B-B-B-B-Nitsch. Willkommen back zu einem erneutem Live-Kommentary hier in Black Ops 2. Und ja, willkommen back zum Live-Kommentary. Ich hoffe, ich werde gewinnen. Ich hoffe es wirklich. Ich mag es gar nicht zu verlieren. Und ja, ich habe heute sogar ein Thema mitgebracht. Und zwar, könntet ihr euch vorstellen, dass die alten CODs nochmal geremaked werden? Das würde mich mal interessieren, ob ihr es vorstellen könntet, weil es steht momentan so in der Diskussion, dass sie geremaked werden sollen. Und an mir ist einer. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Was, was, wie? Ich bin nicht weg. Ich bin immer noch hier. Was für ein Zottel. What the fuck tun die da? Sehen die mich nicht oder was? Sind die zu blöd? Aber, ähm, oh mein Gott, okay. Äh, aber, ja, es steht momentan so leicht in der Diskussion. Soll MB2 oder irgendein COD von damals geremaked werden. Und für mich persönlich stellt sich nur, also ich meine, ich wäre zufrieden mit jedem neuen COD. Das würde mich freuen, wenn ein neues COD wieder rauskommen würde. Das wäre einfach awesome und episch. Und das Ganze, da hätte mal wieder was Vernünftiges Neues. Äh, aber, äh, ja, zum Thema... Oh, wow, ernsthaft? Okay. Das ist das beste Aiming, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also, bestes Aiming ever. Bei weitem, bei weitem bestes Aiming ever. Ähm, für mich würde Black Ops 2 eigentlich gar nicht in Frage kommen, auch wenn Black Ops 2 zwar quasi irgendwie das meistverkaufte COD ist. Aber, äh, für mich würde das nicht in Frage kommen, weil ich denke, jeder hat noch eine PS2 und das Ganze... Oh mein Gott. Gegen Sniper zu spielen ist so entweder gefährlich oder entweder richtig chillig, weil die entweder gar nicht treffen und zu dumm sind. Oder, weil sie nur treffen und ich sie deswegen hasse. Ich habe einen Orbital-Settel. Ich habe... Ich merke gar nichts, sorry. Aber das ist nice. Ähm, das ist... Das, äh, Video kam besser raus, als ich mir vorgestellt hatte. Aber, ja. Äh, zum Thema... Oh mein Gott, ich habe einen Orbi und sterbe, das hasse ich. Es ist so schwer zu reden und zu zocken, wenn man das lange nicht mal getan hat. Black Ops 2 sollte auf keinen Fall geremastert werden, finde ich. Weil Black Ops 2 auch so gut ist. So gut ist, wie es gerade ist. Und, äh, jeder hat noch die alten Konsolen. Keiner braucht die neuen Konsolen, finde ich. Oder was... Also... Natürlich, die neuen Konsolen sind schon empfehlenswert, die zu holen. Aber, ähm... Ich weiß nicht. Ich finde, jeder hat noch eine Xbox 360. Jeder... Jeder kann, äh... Auf der zocken. Jeder hat noch Black Ops 2 drauf. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ich habe... Was? Ja, genau. Ach so, okay. Ich dachte, er hat durch die Wand geschossen. Ähm... Aber ich persönlich wäre ein Fan von MW2. Ich wäre der Erste, der es mir holen würde. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon. Deswegen, wenn das loskommt würde, wäre ich glücklicher denn hier. Das glaubt ihr gar nicht. Wie glücklich ich dann wäre. Ja, das Gameplay... Sorry, Duff, ich kann nicht... Äh, wirklich nicht. Also... Ich bin null Multitask. Ich kann jetzt nicht irgendwie... Ich weiß, ich hätte nicht so oft sterben sollen. Dann wäre das Gameplay viel besser geworden. Ich kann einfach keine guten Gameplay erreichen. Ich habe schon wieder sieben Tore. Immer wenn ich rede. Stirb, du Motherfucker. Gott, wie ich das hasse, von Snipern gekillt zu werden. Die nerven mich. Jede Einzelne. Aber ja, das wäre auf jeden Fall ein Traum für mich. Ähm... Es gibt auch so eine Seite, wo man irgendwie seine... Quasi eine Unterschrift abgeben kann, dass man das will. Weil... Also ich weiß jetzt nicht persönlich, wie so... Wie teuer so Remakes sind. Davon habe ich keine Ahnung. Aber... Ich denke, Remakes sind nicht so teuer. Weil es ist quasi dasselbe Game. Oh, nein! Okay, ich kann... Ich will gar nicht gegen ihn antreten. Weil, ganz ehrlich zu sein, ich werde sterben. Zeig dich, du dämliche Bitch. Nice. Von hier kommt auf jeden Fall einer. Oder von hinten. Ich habe keine Ahnung. Ich will hier irgendwie liegen bleiben. Ich fühle mich danach. Das war ein langer Kampf. Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Okay, na, kleiner Spaß. Ich will unbedingt die letzten Zeit Kills noch bekommen. Damit ich den Slyper zeigen kann, wenn der Boss ist. Das will ich Ihnen zeigen. Aaaaaah! Yeah! Ich habe niemals gedacht, dass ich da mit einem Sieg rauskommen werde. Oh yeah, nice! Aber was für ein COD würdet ihr wollen, was geremaked wird? Schreibt es in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ich werde mich, wenn das Video gut angekommen ist, mehr darüber beschäftigen und euch mehr darüber mitteilen, wie es jetzt aussieht mit den neuen CODs und das Ganze. Ich meine mit den neuen, ja, mit den Remakes CODs. Ich habe ein paar Sachen davon gehört. Und es wäre wirklich ein Traum. 30 zu 8 ist der Ernstscore. Ganz okay, würde ich sagen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie. Badass! Ihr seid unliket dieses Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos zu denen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt um unsere Nation bei Stoet. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich, wie man nur noch 3, 2, 1. Schau! Hi Lenny, ich wollte sagen, ich kann mich leider nicht in der Tat sitzen. Ich wollte fragen, ob ich zu entgehen meine Schuheinkommen hatte, noch nie, ja. Und ich finde es besser.